Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Tilo Elias 02. Bald geht's los mit dem Spiel Wales gegen Dänemark. Achtelfinale beginnt und ja, wir schauen mal auf die Tabelle, um was ich getippt habe. Und ja, ich hab doch ein bisschen daneben gelegen. Ja, hier sind noch die Tipps eingeblendet. Wir schauen sie uns einfach mal an. Ja, hm. Da hab ich ein bisschen stärker eingeschätzt gegen Wales, aber am Ende ist Schweiz nicht auf Platz 2 gelandet, sondern auf Platz 3. Also Wales, Respekt. Finnland hat's nicht weitergeschafft, sondern Dänemark und Finnland nur Dritter und ist somit raus. Hier hat's die Ukraine auf Platz 3 weitergeschafft, Österreich auf Platz 2. Hier, ja, Tschechien. Tschechien hat's weitergeschafft, ja. Das ist das Krasse gewesen. Aber ich weiß nicht, als Gruppenzweiter oder als Gruppendritter, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Hier hat's die Slowakei nicht weitergeschafft in die nächste Runde, weil im letzten Spiel sie 0 zu 5 verloren haben. Oh, war ja. Ja, also das war nicht so klasse. Und hier die Deutschlandgruppe. Was soll ich zu der Gruppe sagen? Ähm, ja. Also, Ungarn gegen Frankreich ein 1-1 geschafft. Und dann schmeißen die fast Deutschland noch raus. Also, Ungarn war für mich klarer Gruppenletzter. Und dann schaffen die hier so ein Remis gegen Deutschland. Und wenn die jetzt noch gewonnen hätten 1 zu 2, dann wäre Ungarn weiter gewesen. Also, Respekt, Respekt, Respekt. Das wäre richtig heftig gewesen, wenn Ungarn es tatsächlich geschafft hätte. Ähm, ja. Kommen wir zu den anderen Partien. Ja. Hm, hm. Ja. Wieso? Schauen wir jetzt einfach mal. Wo kann ich das denn zurücksetzen? Da. Gut, das sind die Achtelfinalpartien. Und ja, Ungarn ist raus. Deutschland hat es sogar als Gruppenzweiter weiter geschafft. Oh, gar nicht mehr gemerkt. Ja, hier hat Tschechien auf Platz 2 weiter geschafft, weil sie gegen England verloren haben. Daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Aber sie haben es ja trotzdem weiter geschafft. Wales gegen Dänemark, was bald beginnt. Ja, Wales eine großartige Gruppenphase gespielt. Wie man es bei der EM 2016 gewohnt war, war es wieder richtig, richtig starke Leistung. Da hat man im Achtelfinale gegen Nordirland gespielt. Jetzt trifft man auf Dänemark, die durch Eriksen durchaus beflügelt sind, dass es ihnen wieder besser geht. Nach der ganzen Sache sind sie ein bisschen zusammengeschweißt. Und ja, haben am letzten Spieltag mit einem 1-4 gegen Russland das Achtelfinale klargemacht als Gruppenzweiter. Das ist auf jeden Fall relativ stark. Und jetzt darf man nicht unterschätzen, die haben auch Italien durchaus sehr Probleme bereitet, glaube ich. Ja, nur 1-0 gewonnen hat Italien. Also ich würde sagen, ja, ich denke, am Ende schafft es Dänemark weiter, aber auch nur mit einem 1-2. Italien gegen Österreich. Ja, Österreich. Achtelfinale erreicht. Wow, krass. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, aber ja, irgendwie war es klar. Nordmazedonien ist halt auch kein starker Gegner. Also Österreich hat mich bisher auch nicht so ganz überzeugen können, aber so schlecht spielen sie nicht. Aber ich denke, gegen Italien ist Schluss 2-0. Niederlande gegen Tschechien. Ja, also Tschechien, Respekt, dass sie es auf jeden Fall zur Achtelfinale geschafft haben. Das war eine großartige Leistung. Aber ich denke, gegen Niederlande wird es doch ein ziemlich schwieriges Spiel. Hier ist mein Tipp ein 3-1. Dann kommen wir zu Belgien gegen Portugal, was ein wirklich spannendes Spiel ist. Allerdings sollte man Portugal nicht unterschätzen, weil sie gegen Frankreich 2-2 gespielt haben und gegen Deutschland 2-4 zwar verloren haben, aber trotzdem schlecht waren sie nicht. Also ich würde sagen, das wird hier ein ziemlich spannendes Spiel, was ins Elfmeterschießen geht, wo ich tippe auf... Ah, ich weiß nicht. Ich tippe auf Portugal, weil Belgien immer wieder ein bisschen enttäuscht. Leider. Also ich denke, der Europameister könnte drinbleiben. Belgien, oh, starker Gegner. Also könnte auch... Ich denke, Elfmeterschießen ist Glückssache. Ich könnte mir auch Belgien als Sieger vorstellen. Das Spiel schaue ich mir auf jeden Fall an. Dann Kroatien gegen Spanien. Ich war von Spanien bisher nicht überzeugt, aber nach diesem 5-0-Sieg gegen Slowakei habe ich das Gefühl, Spanien könnte doch überraschen, weil schlecht waren sie nicht. Also wenn man... Wenn sie mal wirklich... Wenn sie jetzt mal wirklich ballern, dann können die richtig überzeugen und gegen den Finalisten aus der WM 2018 kann man auf jeden Fall einen Sieg holen. Ich denke, Spanien schafft sie in die nächste Runde mit einem 0-2. Dann Frankreich gegen die Schweiz. Ja. Schweiz. Hat mich bisher nicht überzeugt, gerade nicht gegen Italien, aber Frankreich. Was ist das denn gewesen? Gegen Portugal 2-2. Und gegen Ungarn nur ein 1-1. Gut, die sind tief gestanden, aber ganz ehrlich, Frankreich ist für mich eine Enttäuschung bisher. Bisher überzeugen die mich gar nicht. Deswegen werden sie es auch nur knapp weiterschaffen mit einem... Ja, 1-0. Aber die gehen auch nicht so voll drauf. Ich glaube, ach, das wird nicht so ein tolles Spiel. Dann England gegen Deutschland. Ja, Deutschland hat es ja doch weiter geschafft. Hätte ich gar nicht geglaubt, dass man es als Gruppenzweiter noch weiter schafft. Aber gegen Ungarn... Also wirklich überzeugt haben sie mich bisher nicht. Nach wie vor England... Ja, auch nicht wirklich überzeugt. Im Wembley, ja. Wir haben gegen Deutschland, gegen England eine gute Bilanz. Aber trotzdem würde ich sagen, dass England etwas stärker ist als Deutschland. Aber, boah, ganz schwieriges Spiel zum Tippen. Ich gehe auf... Na, ich gehe auf den Sieg von... Soll ich auf Deutschland tippen? Soll ich auf Deutschland tippen? Es ist ein ziemlich enges Spiel, denke ich. Ich gehe aber auf den Sieg von England. Gut, Schweden gegen Ukraine. Die beiden Außenseiter. Aber Schweden hat mich ja schon bei der WM 2018 überzeugt. Und das überrascht mich nicht. Ich habe die ja im Halbfinale bei dieser EM gesehen. Und deswegen werden die auch klar weiterkommen. Im WM 2 zu 0. Locker flockig. Weiter. Gut, kommen wir zum Viertelfinale. Das tippen wir dann auch noch. Wenn Frankreich dann auf Spanien trifft, denke ich, wird sich Frankreich durchsetzen. Auch wenn Spanien durchaus jetzt stärker ist. Also muss man ernst nehmen. Portugal gegen Italien. Da wird sich Italien durchsetzen. Hier wird sich klar und deutlich die Niederlande durchsetzen. Und im letzten Spiel wird Schweden weiterkommen. Ja, ich sage, Schweden kommt tatsächlich ins Halbfinale, wo sie dann knapp gegen Niederlande verlieren. Und dieses Spiel geht dann 3-1 aus für Italien. Und der Europameister ist Italien. Ich bleibe bei meinem Tipp, dass Italien Europameister wird. Mal sehen. Aber, ganz ehrlich, jetzt wollen wir mal ein bisschen die Tipps verändern. Und gehen jetzt einfach mal auf ein paar Überraschungen. Was ich vielleicht nicht denke, was passieren könnte. Tippen wir einfach mal, dass Wales es weiter schafft. Italien wird nicht rausfliegen. Also glaube ich nicht. Hier denke ich auch, dass nichts anbrennen wird. Aber hier tippen wir jetzt einfach mal auf Belgien. Dass Belgien es weiter schafft. Und hier auf Kroatien. Hier sage ich jetzt einfach mal, dass die Schweiz es weiter schafft. Dass Frankreich tatsächlich enttäuscht. Und es nicht weiter schafft. Hier sage ich mal, Deutschland schafft es weiter. Und hier Ukraine. Ja. Schauen wir uns dann mal die Spiele an. Oh, Schweiz gegen Kroatien. So, wir machen jetzt einfach mal die Schweiz schafft es weiter. Hier sage ich jetzt mal Belgien. Und hier 2-0 für Niederlande. Und hier 0-1 für Deutschland. So, dann hätten wir diese Spiele im Halbfinale. Dann könnte es auch Deutschland ins Finale schaffen. Ja, also ich denke, ja, das ist eher unrealistisch. Wäre krass, wäre krass. Aber, ja, come on. Also ich glaube irgendwie nicht, dass es dazu kommen wird. Aber jetzt wollen wir mal sagen. Also wenn jetzt Spanien tatsächlich rausfliegen sollte. Ja, also Spanien kann auch gegen Frankreich gewinnen. Also wenn, jetzt wollen wir mal. Also Frankreich könnte auch rausfliegen, denke ich. Also hier könnte ich auch denken, dass es Spanien weiter schafft. Äh, ja. Dass dann Spanien im Finale vielleicht unser Gegner sein könnte. Aber ganz ehrlich. Spanien Europameister. Ja, hm. Ich weiß nicht so genau. Also mein Tipp ist nach wie vor Italien. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass so viele Überraschungen passieren. Aber möglich ist ja alles. Also würde ich auch mal nicht unterschätzen. Und Deutschland, wenn sie weiterkommen, kriegt man Schweden oder Ukraine als Gegner. Das ist ja eigentlich auch machbar. Aber ich sehe Schweden als Halbfinalist in dieser EM. Muss ich schon sagen. Ich sehe Schweden stärker als Deutschland oder England. Ja, also ich denke, die kommen mindestens ins Halbfinale. Aber mal schauen. Wir werden es sehen, wie es ausgeht. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Meine Tipps habt ihr ja vorhin noch gesehen. Jetzt sind sie halt weg. Egal. Macht nichts. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.